press the switch so wie gesagt, ich habe den switch geturnt guten tag, da sind wir wieder ich habe gar nicht hallo gesagt, schade so, ich habe das last book auch noch nicht gelesen eagle of south, wolf of north ist da noch was drin? medal was hidden inside the book the medal of the eagle found inside the last book volume 1 is there a special way to use it? nothing unusual, da sind drei fucking okay interessant, finde ich eagle north oder so, ne? ich habe es vergessen schon wieder klack, klack not good ja, super, toll dann soll ich jetzt warten, bis das Viech da ausgeblutet ist? scheiß Dreck gehe ich halt in den nächsten Raum und komme wieder ja, so hier war nichts mehr, oder? nee, gut dann laufe ich nochmal nach unten da ist noch eine spinne, oder was? sag mal kann man nichts anklicken was ist das? uh, shotgun shells sehr gut, ja da gibt nichts da ist noch nichts, was ist das hier? nix da, uh, da ist die spinne direkt fieses Biest au fuck fieses Biest doof, ne? ah, guck mal hier da ist die map mansion basement 1 hat sich jetzt aber nicht viel verändert, oder? oder? oder doch? ach, scheiße das Viech da ist blubelt jetzt ja, mal gucken, vielleicht können wir noch nachschießen um das ok, eagle north wolf south wolf south hinten sind drei punkte drauf das ist die eagle medaille hm huch ok ich warte mal fertig? ja ich bin jetzt fertig so, ja, ich muss ja hier lang, oder? doch, da unten das war nur eine Leiter weiß nicht ich bin sonst ich bin auch eine spinne oder was, ich will es mich verarschen gut, ich habe meine ersten schüsse getroffen? ich weiß es nicht so welche leute noch schatten schüsse für trauriger tag für blue herb weiß ich nicht nicht vergiftet ich brauche die alle gar nicht kann den deck an nämlich nachladen tue ich auch das ist der aufzug hier nicht ich war nicht das nehme ich das gut namens nur und jetzt zielo fraken city ja racoom city was war denn hier noch drauf ne dem anderen schelf hier ja so ok gehört dazu alles klar ja ja ich gehe mal weiter weil die pflanzen ist auch nicht so wichtig sondern sich die blauen so oft lasse ich mich auch nicht vergiften schweiße das ist ein schneller zombie gewesen ja ich erinnere mich ja tot brauche man hier den helm key achso ne hier ist ja genau elevator stimmt doch ich denke ich bin wieder hoch hoffe dass nicht wieder so ein gorilla vieh ankommt denn meine munition geht dem ende zu die musik hat die tür aufgerissen schwein stimmt hier ist der tiger raum da ist der type rider das ist hier nichts interessantes boah die viecher ne dass sie überall sind jetzt plötzlich die kosten nicht ganz schön munition sag ich mist jetzt bin ich mal seit langer zeit mal wieder hier im hauptraum alles friedlich hier alles friedlich hier ja oh 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 das sieht ganz schlecht aus eieieie ach halt mal metal of the eagle is a special way to use it kann ich damit okay schauen wir erstmal wo ich noch eine tür öffnen könnte da drüben und hier unten und da oben ja obwohl da oben das war Family Crest 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 und da unten ne warte mal doch hier dann guck doch mal hier und wie diese tür hier geöffnet wird mit dem helmen key ja ok dann schauen wir doch erstmal hier nach wollen wir nicht speichern gehen ist ok Oh, 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 oh There's something handwritten, it's not dated Nothing's changed, I never thought that this room I designed is an experiment would pay off like this I can hide here safely for a while Because nobody knows about the secret behind this painting, not even Sir Spencer Painting of a mansion in the back of the art room Ja, gut, dass du dann eben noch drüber schreibst, denn dann findet's auf jeden Fall keiner raus Niemals It looks to be pretty old Ah, cool Damit hab ich gar nicht gerechnet Na gut Da geht's ein bisschen spooky Aber ich guck mal, was hier noch im Raum ist Bestimmt ein Zombie, ein Böser Und dann hätt ich eigentlich sogar Uah Noch ein Dagger Ja, langsam hab ich genug davon Ich hätte eigentlich gerne lieber mehr Munition, sagen wir mal, Leute Wisst ihr Bescheid? Damit kann ich mich ein bisschen heilen, das ist auch gut Was ist das denn hier? Jewelry Box Ja Ja Es ist ein Rund, Recession, 4cm in Diameter Da ist ein Zeichen Huch Kann ich das kombinieren? Ne, das passt da nicht drauf Das war auch spooky jetzt gerade, ne? Das war sehr spooky Mit dem Spiegel? Ich konnte mich sehen im Spiegel Und dass der Zombie auf mich zukommt Aber ich konnte den Zombie nicht direkt sehen Sehr schön Kudos To Resident Evil Gute Arbeit Jungs Liebe Jungs, Leute Gut, dann hab ich das abgeschlossen hier Jetzt hab ich eine Jewelry Box Und die Medaille eines Adlers Und das Wissen, dass sich im Gallery Room Geheimer Raum verbirgt Theoretisch Könnte sich einer verbergen dort Die Musik Ja Im Gallery Room Ich kann mich daran erinnern An ein Porträt der Menschen Das war aber da, wo das Klavier auch war Was ich jetzt nicht weiß, ist Wo das Klavier war Scheiße Ich schau nochmal, was der genau geschrieben hat Äh, Family Picture und Notes Ne, das ist falsch Menschen 2, genau Research as well Äh, Keeper's Diary Ne, auch nicht Menschen 1 Croupled Memo Das war's Ne, auch nicht Äh Wo war das denn? Trevor? Kenneth? Oh, stimmt Ey, da muss ich mich auch Habe ich mich auch nicht Gar nicht mehr daran erinnert Daran Pain 42 Mention 2 Okay, schauen wir, es ist verloren gegangen Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, ähm Dann ist es gar nicht hier Naja, aber ist ja auch nicht so wichtig Glaube ich Ansonsten werde ich schon noch drüber stolpern Irgendwie Äh, mal schauen Wo muss ich denn noch lang Obenrum Genau Wie viel Schuss habe ich noch? Zehn Stück Ja, ich gehe erstmal Oder meinte das Porträt hier Ist auch nicht wirklich ein gutes Versteck Oder Ha Ähm, ja Denke ich nochmal Sachen abladen erstmal Denn ich habe ein bisschen zu viel Hoffentlich ist hier kein Viech Gorilla-Dinger sind vielleicht Wer Fisch Die halten verdammt viel aus Na gut Was geht eigentlich Auf jeden Fall Schlucken sie viel In Munition Und das finde ich wieder nicht so gut Hätte ich gesagt Mach ich das nicht so Ach, der gute Barry Hat die Tür repariert Das ist doch wunderschön Ein bisschen seltsam Ehrlich gesagt Dass er Im Einsatz hier Dann sagt er Ach, ja komm Rührst du mal die Tür Das Serum war auch für den Arsch Hätte ich den noch retten können Den Kerl Frag ich mich an dieser Stelle Hm So Wooden Mount Da will ich mal was versuchen So, und das tue ich hier drauf Den anderen Kann ich nochmal speichern noch Easy 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 Nee, das ist Schwachsinn Ah, ich muss es versuchen, weil ich hab das Ding so lange nicht mehr Ich lass es da mal So Und dann mach ich mich wieder auf den Weg Menschen Portrait Ich bin übrigens mit oben gekommen Scheiße Menschen Portrait Bitte keine Magiemonster Nein, 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 nein Kann man Kann man jetzt Vor denen entkommen Ich meine Der Erste Der hat sich ja immer Vor dich Teleportiert Aber vielleicht war das ja nur Bei dem so Aber die sind ja eigentlich gar nicht so böse Man kann einfach nur Ganz easy entkommen Alter, wie viele Defensive Items ich jetzt hab Neue Stück Wuhu Das ist doch geil Alright Habe ich die Karte übersehen für Second Floor Mansion Wo geh ich erst lang Hier lang Obwohl Da waren immer böse Leute Können gefährlich werden Keine bösen Leute Nein Keine Monster Gut, da komm ich rein Das ist ja spooky Ne, ich nehme das mal lieber nicht Weil ich glaube Der Adler Tötet mich sonst Ist ja Lure Stars to the Estate and obtain Bowers Collect two embryos of each mutated specimen as samples Ensure complete disposal of the ArcLay laboratory, including all personnel and test animals. Disguise their deaths as an accident. When the above procedures are executed, report to headquarters for further instructions. If for some reason you are unable to execute the procedure by the deadline, report immediately. In case of emergency situations, report directly to the extension number 5691. Good luck, Umbrella Headquarters. Umbrella Incorporated. Ja, Umbrella! We have it. Ey, der Adler macht mir Angst. Huch. Habe ich ihn jetzt ausgetrickst? Ey, wie seltsam ist das denn? Huch. 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 Na na! Huch. G desarrollo? Huch. Séоль, ich bin da komplett konzentriert. Denn das verstehe ich ja nicht ganz. brauche ich dafür das adler mit million und tötet er mich wenn ich das hier aufnehmen ich mache trotzdem schnell weg interessante geschichte da gehe ich gleich noch mal direkt noch mal hin da unten ist eine itembox obwohl da ist bestimmt auch ein gorilla boy und der typ ist natürlich weg na klar die leiche ist nicht mehr da das ist nie ein gutes zeichen niemals ein gutes zeichen metal of the eagle das da schmeiße ich hier drauf und for good measure guten mount wie ist das da nur speichern brauche ich eigentlich auch nicht ich sollte eigentlich die meisten situationen überleben ich habe genug defensive items und noch starke waffen für den notfall ich gehe mal hier rein und gucke mal ob ich irgendwas mit der medaille machen kann mit der eagle medaille komisch dass das klickt ne ne das bringt nichts was mache ich denn mit dem was mache ich denn mit dem der klickt immer der klickt immer vielleicht muss ich die dinge richtig hinstellen hier der klickt immer rein dann schiebe ich das da auch ran komisch verstehe ich nicht ganz momentan ähm pfeils muss da nur irgendwas sein ne 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 das habe ich mir gedacht ich will es auch da hin ok ich check dieses rätseln nicht middle of the eagle Ouhh, ich idiot, da war ja noch was Das ist jetzt komisch. Okay. Schau ich mal hier. Kann ich das denn mit dem Adler machen? Verdammt, ich überziehe schon wieder und bin total irgendwie in dem Reiter hier vertieft. Naja, in der nächsten Folge mache ich weiter mit dem Scheiß hier. Bis dann.